Leute, fragt mich nicht, was mich geberbert hat. Wir haben gerade genau 0 Uhr und ich bin hier an der Universität von mir. Ich muss einfach eine Klausur anmelden. Abgabefrist ist genau 0 Uhr und ich bin gerade 0 Uhr hier. Kennt ihr das? Einfach 0. Bruder, ganz kurz, ich muss jetzt wissen, wie muss ich diesen Brief rankieren? Ich studiere seit der Renaissance, seit dem 15. Jahrhundert und ich weiß schon, wann Brief rankiert, Bruder. Und ich melde diese Klausur nur an, weil der mich immer durch die Uni zwingt. Ich schwöre, das ist mein Uni-Manager. Andere YouTuber haben Manager für Kanal und so weiter. Ja, aber da kann ich eh nix holen. Bruder, siehst du aus, als würdest du hier Packs verkaufen an der Uni. Das klingt gerade, ich bin mit Sammy hier in Frankfurt irgendwo. Toh, Klausur angemeldet, Mingidon. Kann ich deine Videos mal hochladen, bedankt euch bei dem. So Leute, ihr habt gesehen, ich dumme Missgeburt, hab am 5. Februar die Klausur angemeldet. Und wann fange ich erst an, so richtig zu lernen? Ich weiß nicht, warum Leute, aber ich hab so nen Tick. Ich muss meistens immer im Dunkeln meine Sachen machen. Lernen, ficken, alle Sachen, wo ich so wirklich was leisten muss. Ich hab hier ne geile Sushi-Box von Kollegen bekommen. Oder hab ich die Sushi-Box nicht abgebrochen und ich hab Ausbildung zum Maler an der Kirakammer. Aber das Ding ist, das ist so neustige Klausur, das ist so einer dieser Uniklausuren, wo die ausmisten wollen. Wo ich damals mit dem Jurastudium angefangen habe, ne. Ich schwöre, der NC lag bei 1,3. Mein 1,7er Abi war ich einer der schlechtesten Bewerber, die angenommen wurden für das Studium. Erste Vorlesungstag, der Professor sagt, ja der NC für Jura war dieses Jahr sehr, sehr hoch. Aber bilden Sie sich doch auf gar nix ein, denn ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, spätestens nach zwei Semestern wird der Hörsaal noch zur Hälfte voll sein. Und ich dachte mir, sag mal, Nacko, deine Mutter, die haben alle 1, Abi, die haben mir eine Jura-Vorlesung, die saßen, die hießen Heinrich und so. Und ich schwöre auf den Herpes, den ich jeden Dezember bekomme, dieses Jurastudium haben so viele abgebrochen, du hast gesehen wirklich, wie immer weniger Leute kamen. Die haben ihr Studium abgebrochen, kamen danach bei meinen Freunden Otto und so gekauft, damit die auf ihr Leben überhaupt noch klarkommen. Ja, Leben ist nicht leicht, Studieren macht dir noch schwieriger, Ausbildung ist scheiße, du musst jeden Tag arbeiten, ich will Geld verdienen beim Schlafen. Deswegen, ich sag euch eine Sache als Tipp, Leute, wenn ihr studiert und so, ich studiere seit 500 Jahren und ich sag euch auch warum. Ich sehe das Studieren nicht als, ich gehe in die Uni, lerne und schreibe Klausuren. Für mich ist Studieren ein Lebensabschnitt, ich studiere mich selber auch, ich lerne mich auch selber besser kennen und so. Wer Konzentrationsprobleme hat, braucht kein Ritalin, sondern eine Strategie, die eigene Konzentrationsfähigkeit. Ich bin wirklich so mit meinen Nerven bisschen am Ende, ich hab richtig Schiss, dass mich irgendwas wie Burnout oder so trifft, ohne Spaß, Leute. Jetzt, okay, jetzt hab ich bisschen reingeschissen, ich muss nur lernen, Junge, chill mal. Ich hab ausgerechnet, bis jetzt hab ich 47 Karteikarten und somit hab ich dann die erste Hälfte des Themas fertig und ich, dummer Bastard, versuche diesen ganzen Stoff innerhalb von einer Woche zu lernen. Ja, genau so ist der Finger auch richtig. Ich werde die UN ja, ich lerne. Ich werde das mal machen, wenn ich meine Motivation verliere beim Lernen, dann höre ich mir auch so Musik von Death Note an und dabei mache ich dann weiter. Das alles muss ich können, amerikanische Literatur, geht noch ein bisschen weiter und britische Literatur. Heike, ich hab keinen Bock auf die Klausur, ich will abbrechen. Bruder, wach jetzt einfach und fertig, dann hast du es hinter dir. Ich stehe ja auch durch mit meinem Studium, oder vielleicht klappt irgendjemand. Ich komm als Lehrer mit Rollator rein. Guck mal, ich bin nur gekommen, damit ich seine Kamera nehme und damit ich ein hochqualitatives Video mache. Für den hat sich Bafik mehr gelohnt als YouTube. Ja, ich hab ja erst mit YouTube angefangen, nachdem ich kein Bafik mehr bekommen habe. Genau wie ich bin. Kindergäts auch nicht mehr. Nein, nein. Boah, ich bin ja nie noch so ein Gerät. So Leute, heute bin ich ein bisschen später wach geworden. Wir haben jetzt 18 Uhr. Britische Literatur habe ich komplett fertig. Eine Sache wollte ich auch noch sagen, weil voll viele sich das bestimmt fragen, warum Studenten manchmal so lange für ihr Studium brauchen. Wisst ihr, was das Problem ist bei manchen Klausuren an der Uni? Angenommen in dem Fall kackt, dann ist halt die Scheiße, dass man manche Prüfungen in der Uni nur einmal pro Jahr schreiben darf. Oder ihr habt halt einen zweiten Versuch und wenn ihr dann verkackt, dann kriegt ihr aus der Uni raus. Natürlich überlegt man sich das dann zweimal und macht noch die anderen Fächer, die man in der Uni hat. Bitte ein Herz für Langzeitstudenten. 94 Karteikarten. Bastard-Klausur. Morgen ist es soweit, dann habe ich die Klausur und ich bin euch ganz ehrlich, ich hatte eine richtig ekelhafte Down-Phase. Also dieses innerhalb von zwei Wochen auf dem letzten Drücker alles zu lernen, war ein sehr, sehr großer Fehler von mir und ich bin auch ganz ehrlich. Das krasse ist, ich habe meine Prüfung ja von zu Hause, also aus diesem Zimmer hier. Ich habe extra diese Play-Daten dahingestellt in der Ordnung, dass die in der Prüfung sagen. Ja, was ist das? Damit ich so ein bisschen drüben kann und diese Zeit drüben kann. Wunderbar, das sind 15 Minuten. Das ist auf Kongo-Schwänze. Ey Wunder, Leute. Wie geht's Montags? So nachgeschafft, brandet einfach in 12 Minuten eine Wischung. Ich bin in die Prüfung und gesagt, einfach mal kommst du wieder damit du Müll wegfriegst. Heute ist ja der erste Tag vom Ramadan. In genau zehn Minuten habe ich meine Prüfung. Glaubst du, die Professorin hat aus dem Fenster geguckt und 90 Stunden gemacht? Ich wusste, boah, heute ist Rabber, dann heute will ich den Prüfung. Leute, der Junge ist so krank. Ich habe in ein paar Minuten meine Prüfung und der sagt, Bruder, hier ist noch eine Karteikarte, die hast du hier übersehen. This is the Literatur of the Nobitten. In this story I say you who is the biggest horror and so. Was machst du gerade? Ich muss alle Sachen hier entfernen, weil in einem Discord einer redet. Ich bin in der Prüfung. Ich habe gar nicht gebetet. Ich habe recht verprüft. Du bittest doch gar nicht fünfmal am Tag, du bist ein Gaming-Schrott-Kanal. Ey, wehe, du wartest hier vor der Tür und machst fucking welche Prüfung bin. Nein, Bruder. Wenn ich dein scheiß Lachen höre, irgendwelche Amiras auf TikTok oder so. Tschada, packst du das. Hast du einen Tschada vollkommen rausgesprochen? Ja, Bruder, viel Glück, mein Schatz. So mütig, mein Schatz. Bruder, aber da gibt es geschlossen, Mann. Bruder, ich freue mich vor allem, ich fühle mich gerade voll besonders, dass ich der Erste bin, der irgendwie weiß, ob der bestanden hat oder nicht. Die Aufregung ist auf jeden Fall da. Heiligen, wenn du das siehst, du bist in Kleidung. Ey, Bruder, Leute, der ist genau hier drin. Das ist die Tat der offenen Tür oder was? Ich brich dir gleich deine Nase, mach Schmarrn. Okay, du sprichst so gut, Bruder, der schafft locker, der Bastard. Inchall. Der hat gespackt, meint ihr, der packt oder? Wenn der gespackt, hau ich mir noch mal. Denkst du, der hat bestanden? Ich weiß nicht, Bruder, aber ich stehe jetzt auf jeden Fall vor seiner Tür. Ich fand, der ist fertig. Bestanden! E strengthens nicht, Bruder. Das war der good, Bruder. Die wisse ist so geil, da war ich nicht mehr zu stehen. Das schreckt was, ich bin da Fassen würde. Bruder, es ist Rammelsang. Wir haben nicht einfach gekauft, Bruder. Er hat die ganze Sache gemacht. Er hatte das ganze척 in dem Poem. Er hatte versucht, er prägt zu... Und dann habe ich Stück zu reden. Auf Koran, es gibt Englisch, rede ich schon mal Deutsch. Du hast es gestanden oder nicht? Nein, nicht gestanden, Bruder. Ich glaube, ich wusste, dass ich es nicht bestanden werde. Der Wichs hat alle Prüfungen bestanden, die hart sind in Englisch, da kann ich mal rausgeben. Der ist durch, Bruder. Ich weiß, du würdest mir gern auf die Fresse halten, aber du kannst nicht. Das ist das schönste Geschenk, Bruder. Fang auch an zu fasten. Warum? Der hat doch auch ohne bestanden. Da gibt es Leute bei der Prüfung, weißt du was die machen? So ein Alman, der ist nur am Kissen. Der meldet die Prüfung an, der weiß es versuche. Bruder, wie war? Ich bin nicht gegangen. Hast du dich abgemeldet? Du weißt, dass dein Versuch weg ist? Jo. Der geht rein, das zweite Mal. Ich habe schon gelernt. Der geht rein. Dann hast du bestanden. Der Bruder, dein letzter Versuch ist jetzt. Jo. Der geht da rein. Letzter Versuch, kommt da raus. 3,7. Ich bin nicht gegangen, Digga. Ey Leute, dank dem habe ich ja die Prüfung bestanden. Der sieht doch aus wie der ideale Nachricht. Danke, mein alevitischer Bruder. Alevit und Sunniten müssen zusammenhalten, Bruder. Man merkt, dass das klappt. Bruder, guck mal, ich habe ja bei der Prüfung darüber nachgedacht, Ritalin zu nehmen. Hast du früher Ritalin genommen, weil du musstest das nehmen, weil du ADHS hattest, ne? Genau, ADHS, sondern ADS. Wie ist das, glaube ich? ADHS ist doch das Huren dazwischen, weißt du? Das ist er ja nicht. Ich hatte das, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, ich war hibbelig, ich war da. In der Schule auch, ich habe Leute einfach mit Sachen abgeworfen, hab die geschlagen und so. Und dann hab ich das genommen, dann war ich auf meinem Platz am Sitzen und war fokussiert auf meine Arbeit. Das gibt dir jetzt nicht das Wissen, sondern das gibt dir die Konzentration. Ich hab trotzdem Hauptschulabschluss. Woran liegt das, was du die ganzen Apps gelöscht hast? Bruder, der hat einfach kein Instagram mehr. Soll ich wieder runterladen, oder? Jetzt wird mein Instagram wieder aktiviert. Weißt du, wer dein Instagram gesperrt hat, Mann? Ich weiß ganz genau, wer es war. Was denkst du, wer es war? Seine Mutter. Oh, sein Insta ist weg. Oh, niemand bestanden, du hast kein Instagram mehr? Gestatt hast du sogar beim Tippen, Alter! Hahaha! Leute, guck mal, ihr wundert euch ja, warum ich auf WhatsApp nicht antworte, ne? Sehr, sehr, sehr. Aber ihr schickt auch nur Scheiße. Ein 16-Jähriger, der sich aufnimmt, wie er überfahren wird. 2.50 Uhr, 31. Juli. Ich bin der Mohamed Arki. Und ihr seht jetzt, ich mich an. Das war's. Ja, was ich gemacht hab, bis ein Lkw kam. Aber kam leider nicht. Guck mal, was ich gemacht hab. Ich hab meinem Bruder in nix E-Mail reingetan. Ihr habt seinen Bruder aber E-Mail reingestellt. Guck mal, Antibox da zu verschenken. Oh, Leute, endlich hab ich diese Klausur hinter mir. Und ich danke jedem Einzelnen von euch, der mir da geholfen hat, mir Gutes gewünscht hat. Wallah, ich küsse eure Augäpfel. Und jetzt eine ganz wichtige Ankündigung. Mittwoch um 19 Uhr kommt ein neues YouTube-Video online. Und ich erzähle schon mal die Wahrheit über diese Klausur. Aber ich würde das Video nicht ankündigen, wenn ich nicht in diesem Video ein Placement hatte. Deswegen bitte 19 Uhr Mittwoch. Checkt das Video ab und ladet bitte, 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 bitte diese App runter. Von mir aus disliket, liket gar nicht, kommentiert gar nicht. Ladet einfach nur die App am Mittwoch runter in Schale. Und jetzt auch einen schönen Tag, Abend, Morgen irgendwas. Auf jeden Fall, passt auf euch auf. Wir sehen uns Mittwoch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.